AFK Arena hat einen neuen Gutschein-Code für uns am Start, der es auf jeden Fall auch in sich hat und damit herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und schauen uns den neuen Gutschein-Code an. Ich befinde mich natürlich auf dem Test-Server, daher kann ich die Gutschein-Code so eingeben, wie es damals auch ging. Ihr müsst es dann natürlich über den Link machen, der da nochmal in der Beschreibung verlinkt ist, genau wie der Gutschein-Code, den wir hier jetzt nochmal eingeben. Ich würde sagen, wir drücken gemeinsam mal auf Bestätigen und schauen uns den Gutschein-Code an. Ist auf jeden Fall ein echt nicer Gutschein-Code, 3000 Diamanten, die wir ja heute auch schon aus der Reise der Wunder erhalten haben. Falls ihr das verpasst habt, checkt das Video auch gerne nochmal ab, ist hier jetzt nochmal verlinkt und dazu dann nochmal 10 weitere Schriftrollen. Ja, ist auf jeden Fall ein echt nicer Gutschein-Code, hier auch perfekt zum Wochenende. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in den nächsten Tagen bei den nächsten AFK Arena Videos. Macht es bis dorthin auf jeden Fall gut Leute und ciao! Schriftart